In einer eher ungewöhnlichen Art der Umfrage versuchte sich das Stadtblatt-Team vergangene Woche in der Stadt Salzburg. Nur eine Frage und dazu zwei Antworten. Ja oder nein, gefällt mir oder gefällt mir nicht, Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Und die erste Frage lautet, bist du fit für den Sommer? Ja, ne Peter, bis 10 Uhr. Be Хорошо mit dem Sitz Devil in Geofe-Water, Ja, aber die Zeitumstellung ist ein bisschen nervig und so. Ach so, warum? Ja. Ja. Das ist reingekommen, reingekommen müssen. Ja. Danke. Komm mal ab. Ja, warum nicht? Ja, das ist reingekommen. Das war die Hälfte, ne? Lacken! Okay. Super, sehr schön, danke.